Jey! Jey! Na dann, nächstes Mal hoffentlich jetzt irgendwie mal einen Sieg zum Abschluss noch machen. Na dann rauf. Ne Katze? Ne Katze? Ne Katze? Zwitsch, bitch. Zwitsch, bitch. Die Feinde haben euch überholt. Ja, ja, hallo Zwitsch. So. Ja, 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 ja. Ey, wie schnell die auf dem Kopf sind, ey. So, tot. Und die Brava natürlich steckt wieder auf dem Kopf. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja oder urex kommt sofort wieder selber warte mal irgendwie selber die ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich danke schön er sagt die brabe ich im wagen eigentlich immer Das ist doch nicht wahr. Ey, ich schieße hier eine an, die dreht sich um und drückt mir direkt einen Hitschro, äh, die. Hier, da habe ich was. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Ja, aber gefühlt spielt jeder Gegner momentan so. Ja, der darf nicht sterben, okay. Okay. Stopp doch eigentlich mal. Jetzt habe ich den Oryx. Ja, ich bin hier mit der hergerannt, eine ganze Weile. Jetzt hat er dich mitgeschnitten. Tschüss, Jana. Ach, Jana, ich bin auch wieder da. Ich habe da gerade getötet. Jetzt ist es gekriegt. Heike. Sterbi. Das ist nicht wahr. Zu zwei, zu dritt. Ah, Mann, oh. Aber ich kriege dich nicht in die Wand geschossen, okay. Du bist aber natürlich wieder auf dem Kopf. Das ist schlimm. Das ist nicht wahr. Ich bin allein, du hast zwei, zu dritt, die neben dir stehen. Echt? Ich dachte, ich spielte jetzt eine andere Runde. Mir geht es noch genauso. Das ist der Affe halt, nur meine ich ja. Ja, brava. Natürlich wie der Headshot. Nee, diesmal nicht. So, du bist das. Das ist ätzend, ja. Und der Oryx. Ja, das ist echt schlimm. Das ist doch was? Und auf die Fresse gekriegt. Mal wieder. Ja, aber die drückt Instant Headshots. Naja, passiert. Oje. 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 Bis dann.